Ja, eine Frage erreicht mich hier dieser Tage ständig. Im Livestream wurde ich oft gefragt und im Apfelfunk am Hörer wurde ich das auch wieder gefragt und auf allen möglichen Kanälen werde ich auch angeschrieben. Wann ist denn nun dieser Frühlingsevent von Apple oder gibt es überhaupt einen und was ist mit diesem Frühlingsevent? Nun, das kann ich gleich vorweg sagen. Was das Wann angeht, ich weiß es auch nicht und ehrlich gesagt weiß das außer Apple wohl kaum jemand. Wer so tut, als wisse er es. Naja, der tut also, als wisse er es. Aber ich habe das Next Best Thing dabei. Ja, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, was es denn ungefähr werden könnte und vier Szenarien ausgearbeitet. Das klingt jetzt so, als hätte ich da wahnsinnig lang geplant. Habe ich einfach über Mittag schnell hingekritzelt in Freeform, meiner Lieblingsnotiz-App. Also, es gibt eigentlich drei Optionen, die in Frage kommen. Erstens, Option 1 ist der Mega-Event. Und halt so wie damals 2018, als das erste iPad Pro mit USB-C und ohne Home-Knopf vorgestellt wurde. Wirklich eine große Veranstaltung. Nicht zwingend in Cupertino, selbst im Apple-Hauptquartier, vielleicht auch in New York oder sowas, könnte ich mir gut vorstellen. Halt wirklich so in Analogie zu 2018, meinem Lieblings-Apple-Event. Und dass dann halt wirklich alles vorgestellt wird. Wie gesagt, die neuen iPads sowieso, wenn es nach mir ginge, natürlich sowieso gleich das ganze iPad-Line-Up. Sagen Sie, 2010 haben wir das Tablet erfunden und jetzt erfinden wir es nochmal neu. Und hier ist das rundum neue iPad-Line-Up mit iPad SE, iPad, iPad Mini, iPad Max und iPad Pro in verschiedenen Größen. So was, aber wie viele iPads und welche zu welcher Zeit, das ist ein Thema für ein andermal. Aber was natürlich auch dazu gehört, wenn Sie wirklich den Mega-Event machen, wäre natürlich neue MacBook Airs. Weil die sind auch schon überfällig, dass da der M3 drin kommt, sowohl im kleineren wie im grösseren. Der Mac Mini ebenfalls, weil, erinnert euch, 2018 der Wunder-Event, den ich so sehr mag. Da war es wirklich auch iPad Pro, MacBook Air, Revival des MacBook Airs, muss man sogar sagen. Und Mac Mini, diese drei kamen da und das wäre eigentlich schön, wenn die wieder zusammenkämen. Und was natürlich auch mit muss, wenn es einen grossen Event gibt mit allem Drum und Dran, also auch mit Publikum. Und ja, da müssen natürlich die neuen iPhone-Farben mit, weil im Frühjahr kommen immer neue Farben für die iPhones. Die Frage ist ein bisschen, was es ist. Eigentlich fehlt ein Rot im iPhone-Sortiment, ein Orange wäre auch nicht schlecht. Schwierig da zu spekulieren. Die Frage ist mehr, ob es nur fürs 15 eine neue Farbe gibt oder auch fürs 15 Pro. Ich hätte beim 15 Pro ja sehr gerne dieses Borde-Rot, was immer spekuliert wird. Normales Rot fürs 15er und Borde-Rot fürs 15 Pro. Das wäre natürlich sehr, sehr cool, aber man merkt, ich bin großer Fan von Borde-Rot. Darum darf man da nicht zu viel auf meine Prognose geben. Und was natürlich auch kommen müsste, wenn es ein Mega-Event ist, ist die neuen Armbänder für die Apple Watch. Weil die kommen ja auch immer im Frühjahr, die neuen Frühlingsfarben. Und das wäre so das Szenario eins, dass sie wirklich so ein Mega-Event machen. Wie man es von Apple von früher kennt. Dann Variante 2. Ich habe das Video-Event genannt. Ja, so in Anlehnung an das Scary-Fast-Event von letztem Herbst, von Halloween, wo sie da ein Filmchen ins Netz gestellt haben, ein paar Journalisten eingeladen haben und denen die neuen schwarzen MacBooks gezeigt haben. Und das war's. Also wirklich so eine Mini-Event-Variante. Halt jetzt mit neuen iPads und dem MacBook Air und vielleicht noch dem Mac Mini oder irgend so was. Also wirklich so eine abgespeckte Event-Variante würde auch Sinn machen. Da müssen sie dann auch nicht zwingend irgendwie alle Journalisten an den selben Ort der Welt einladen. Da kann man dann auch irgendwie lokal vielleicht noch irgendwie was zeigen. Halt eher was Kleineres. Dann Szenario Nummer 3. Nämlich kein Event und nur einfach eine Pressemeldung. Ja, Apple announces neue iPad Pros jetzt mit OLED-Bildschirm. Und einfach ein Text da im Apple News Center und das war's. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Wäre natürlich ein bisschen die langweiligste, aber falls die Updates halt dann doch nicht so groß sind, wie wir alle hoffen, dann nach einem Jahr Pause haben wir alle unrealistische Erwartungen an diese iPads und vielleicht sind sie halt wirklich nicht so fantastisch, wie wir alle hoffen und dann reicht eine Pressemeldung. Aber aus Szenario 3 raus ergibt sich nämlich Szenario 4. Erinnert ihr euch noch? 2019 gab es ein richtiges Apple News Festival. Da haben sie eine Woche lang jeden Tag eine Neuigkeit angekündigt. Ich habe jetzt den Artikel da vom Business Insider nochmal gefunden. Da ganz nach oben. Das ist eine ellenlange Liste, was da alles kam. So, wann ging es los? Montag haben wir einen iPad Mini mit Stiftunterstützung. Dann ebenfalls ein iPad Air. Dann am Dienstag ein neuer iMac oder ein optimierter iMac. Ebenfalls ein optimierter iMac Pro. Sogar für das MacBook Pro gab es auch noch was Neues. Am Mittwoch gab es neue AirPods und neue Hüllenfarben. iPhone XS, Battery Case. Ah ja, das gab es mal in Pink, das habe ich ganz vergessen. Neue Armbänder. Da hat er die ganze Armbänder-Sammlung. Kam Donnerstag eigentlich auch nochmal was oder? Ich glaube, Donnerstag war es dann vorbei. Doch, da dachten alle, es käme Airpower und das kam ja dann nicht. Ja, sowas kann ich mir auch vorstellen, dass sie so wirklich so eine Ankündigungswoche machen. Einfach mit den wichtigsten Ankündigungen. Jeden Tag eine. Baff, 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 baff. iPads, MacBook Airs, Uhrenarmbänder, iPhone-Farben. Jeden Tag eine kleine Nachricht im Apple-News-Blog und das war es. Das Szenario 4. Und ich glaube fast das Wahrscheinlichste. Obwohl ich mir natürlich Szenario 1 wünschen würde mit allem Brimborium, was dann auch rechtfertigt, dass es wirklich ein großes Update fürs iPad ist. Aber mein Bauchgefühl tendiert momentan eher zu Szenario 4. Aber müssen wir mal schauen. Also, wie seht ihr das? Womit rechnet ihr im März? Falls ihr ein Datum raten wollt, könnt ihr das auch hier reinschreiben in den Kommentaren. Dann können wir nachträglich dann gucken, ob es jemand richtig hatte. Ich wage mich jetzt nicht auf die Äste raus und sage ein Datum. Aber nächste Woche auf jeden Fall nicht, sonst wären die Einladungen schon raus gewesen. Wenn es ein Event wäre. Aber wie gesagt, Pressemeldungen brauchen keine Einladungen. Das kann man auch sofort einfach baff, 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 baff raushauen. Also das muss man dann mal gucken. Also, falls ihr eigene Theorien habt, auch umgeniert unten rein kommentieren. Und sonst würde ich sagen, falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael weiß ja gar nicht, wann der Event ist und was da kommt. Daumen nach unten. Nein, weiß ich nicht. Und ich bin mir ganz sicher, die meisten wissen es auch nicht. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, wo ich Sachen nicht weiß, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video, wo ich dann auch einfach wieder laut vor mich herdenke.